Wir haben hier wirklich wieder weiter totale Unterhaltung. Weil man lässt sich das natürlich nicht entdehnen. Hier macht man es nicht persönlich und er kann auch gar nicht gerade gehen und muss dann rumfummeln, damit wir unsere Aufmerksamkeit auf ihn richten. Es ist sagenhaft. Es ist wirklich sagenhaft. Und sie halten sich zurück und im Dunkeln kommen sie dann. Und sie sind selbst stark, stark behindert, aber das kriegen wir hin. Wir werden sofort angreifen. Also das kann ich psychatisch auf jeden Fall ganz locker abklären, da braucht sich keiner Sorgen machen. Aber das kriegen wir hin, egal was das für Behinderungen sind. Da gibt es so schöne Medikamente und ich kenne sie ja, das werden wir ganz wunderbar hinbekommen.